Gehen wir eben nicht zu? Was? Da ist doch jemand runtergesprungen. Extra wegen uns. Das ist aber nett. Wollen die denn? Wo springen die da oben runter? Schau mal auf, dann gehen wir mal hier hoch. Oh oh. Ich hab dich doch gesehen. Ich hab dich doch schon gesehen. Wo sind denn die jetzt? Ekelhafter Schmadder. Ekelhafter Creeper Schmadder. So, wir gehen weiter runter. Alter, wo kommen die denn alle her hier? Was? Was? Da waren zwei? Ich hab den zweiten gar nicht gesehen. So, pass auf. Wir lassen mal eben kurz die Erfahrung einsammeln und bleiben mal eben ganz kurz hier in der Ecke, dass sich die Herzen ein Stück regenerieren. Was sind denn jetzt mit meinen Erfahr... Ach, guck mal da oben. Zwergnase. Was hat der denn da in der Hand? Äh, warte. Ach doch, das sollte eigentlich reichen. Hat der da ein Schwert? So, wir lassen uns mal hier durchtreiben einfach. Die kommen eh hinterher, glaube ich. Kohle, reichlich. Wo sind wir? Ach, wir haben immer noch Zeit. Wie schön. Wo geht's hier hinten? Was ist das denn? Äh, ich hab das Gefühl, je weiter wir runterkommen, dass sich die Kreaturen verändern. Oder dass hier immer wieder neue Arten kommen. Guck mal, der hat jetzt so eine Maske auf. Und der war jetzt auch viel zäher. Guck mal, guck mal. Aua. Hörst du auf, mir in die Wade zu beißen? So, pass auf. Da ist schon wieder so ein Zwerg. So, pass auf. Wir ruppen mal eben die Kohle hier raus. Natürlich immer ein Auge in eine andere Richtung. Was? Was? Oh. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. So, Eisen nehmen wir natürlich auch mit. Ohne Frage. Level 30. Alter, jetzt wird's gefährlich. Jetzt sollten wir eigentlich fluchtartig diese Höhle verlassen. Aber nein. Wir sind... Oh. Äh, hier waren wir doch schon, oder? Nee, das ist jetzt so ein bisschen Irrsinn hier, ne? So, wir machen da mal ein Stück da rein. Oh. Und dann ganz schnell weg von der Kante. Ich sehe das Skelett. Ach, das Skelett, den Zombie. Ich wollte ihm jetzt kurz Hoffnung lassen. Aber wir müssen eigentlich noch... ...weiter nach unten, ne? Ist so das Ziel. So, ich versuch... Was? Das ist jetzt total irre. Äh, warte. Warte. Ich baue uns einfach mal hier runter. Äh. Ui. Schwimm. Schwimm. Da ist Lava. Äh, ja. Ich baue uns mal hier runter. Scheiße. Ja, sorry. Da hatten wir jetzt aber richtig Glück. Alter, ich hätte die Schmach schon gehört. Höh. Ich baue uns da mal eben runter. Höh, nö, nö. Alter, du bist richtig gut. Ja, ich weiß. So, wir verpissen uns jetzt erst mal hier. Wo geht es hier hin? Kann ich hier ungefährdet... ...hoffe ich doch mal. So, pass auf. Wir gehen mal eben hier rein. Und bauen da so einen kleinen Trichter wieder hin. Diamanten. Ich sehe den Zombie. Pass auf. Wir machen das aber anders. Oh. Und zwar leuchten wir erst mal aus hier. Das halte ich mal definitiv für gesünder. Das ist auch gesünder. Pass auf. Da machen wir sogar... Hier gehe ich sogar so weit und mache das mal eben zu bis gleich. Alter, da kommen sie von da. Pass auf. Dann machen wir auch mal eben zu. Ganz kurz. Jetzt nur, dass wir da Moment Zeit haben, die Diamanten aufzusammeln. Und die Kohle und das Eisen. Und dann gehen wir nach draußen. Aber nicht wegen den Diamanten, sondern weil unsere Spitzhacke so langsam den Geist aufgibt. Unsere... Und die ist mir einfach zu wertvoll, die jetzt komplett abzunudeln. Ich meine, wir haben sowieso einen langen Weg nach draußen. Rohstoffe haben wir jetzt erst mal genug. Gucken mal die Level. Ich würde auch gerne noch ein bisschen rumzaubern. Und das lebend. So, Alter. Was guckt ihr an, was wir an Leveln hier machen? An Erfahrungen. Erfahrungen. An Erfahrungspunkten hier sammeln. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, hier konnte ich gar nicht runter. Das machen wir erst mal zu. So, pass auf. Dann erst mal Fackelchen hinstellen. Frühstücken. Und dann hoffen wir, dass wir Diamanten... 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 Verbrannter Diamant. Scheiße. Pass auf, wir machen das anders. Nee, doch, das geht. Scheiße. Einer ist draufgegangen. Ah, da sind noch welche hinter. Diamanten. Ich freue mich schon wieder. Ich freue mich schon wieder. Und wir sind sowas von im Arsch. Wo sind sie? Drei Diamanten. Sind da so viele verbrannt? Jetzt eins, zwei, drei. Scheiße. War jetzt nicht gerade der Erfolg. Aber egal. Wir haben Diamanten. So, pass auf. Was machen wir jetzt? Äh, mit drei Diamanten im Gepäck können wir leben. Wir gehen jetzt mal lächeln. Lächelnd in den Tod. Wir sammeln mal eben das lächerliche Dingenszeug, das Kirchen ein. Das ist nämlich völlig unbrauchbar, habe ich festgestellt. So, und dann arbeiten wir uns nach hier oben, weil ich glaube, hier kamen nicht ganz so viele. Da oben ist auch Licht. Aber wir bleiben auf dem Level und hoffen, dass wir noch mehrere Diamanten finden. Und Skelette natürlich. Ja, ja, mein Kleiner. Komm mal her. Komm mal her zum Onkel. Da unten haben wir auch zugemacht. Äh! Alter! Mein Herz! Kohle gibt Level. Was mich jetzt... Moment, ich habe eine Idee. Ich habe aber keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir weit genug weg sind. Pass auf. Was wir jetzt machen, ist erstmal eine Fackel an. Ähm, die Kohle noch einsammeln hier. Mr. Skelett. Ich habe keine Zeit für Sie. Verstehen Sie das nicht? So. Dann gehen wir mal eben hier rein. Dichten das Ganze mal ab hier. Mach mal eben ein bisschen Platz hier. Und dann brauchen wir das. Das lassen wir dann auch hier stehen. So. Den stellen wir nach da. La, 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 la. Dann brauchen wir hier ein, zwei. Das reicht. Und wir nehmen auch nicht viel. Ein, zwei. Äh, lass mich kurz überlegen. 3, 4, 5, 6. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ich habe noch 20 Minuten auf der Festplatte. Das ist jetzt auch nicht mehr die Welt. Oh, jetzt war ich zu dicht am Mikro. Entschuldigung. Ähm, ich trinke mal eben was, wenn ich die Flasche finde. So, ihr wisst, was ich brauche. Obwohl ein Eimer reicht. Ist egal. Wir nehmen das mal wieder raus. Pass auf. Jetzt bräuchte ich erstmal Wasser. Haben wir natürlich zur Genüge hier. Ich leuchte das mal eben aus hier. Alter, schon wieder. Nein! Nein! Altes Dreckschippen. Boah! Ja, hier kann keiner stehen bleiben. Das ist schon mal gut. Die werden hier vorbeigespült. Eine Ruhekartoffel. Ja, die hat uns jetzt echt viel gebracht. Dann nehmen wir mal eben das Eisen hier raus. Dass wir uns in Ruhe unsere Herzchen regenerieren lassen können. Ich meins auch übrigens. Alter, das sind doch solche Stinkfische. Das ist auch zu hoch. Aber ich sehe Gold. Ja, das ist jetzt. Oh ja, das ist richtig cool. Nein! Nein, schwimmen wir mal entgegen da. So, pass auf. Wir nehmen das Gold mit. Ganz klar. Aber wir brauchen Wasser. Und ich glaube nicht, dass ich das hier rausnehmen kann. Wir beleuchten mal eben kurz. Checken mal ab, wo das herkommt. Das ist auch die falsche Richtung. Das kommt alles von oben hier. Da ist Gold. Damit können wir jetzt aber gerade mal... Äh, warte mal. Wo kam ich denn her? Warte mal. Ich gehe mal nach da unten. Das Eisen hatten wir jetzt aber auch aus der Wand genommen. Nur mal so. So, jetzt reicht es aber erstmal hier an Rohstoffen. Ja, die nehmen wir noch mit. Ich brauche Wasser. Und warte mal. Ich muss mich mal eben anders hinsetzen. So, I need water. But I can't name it, ne? Ah, das geht nicht. Warte mal. Wir kamen, glaube ich, aus der Gasse hier, ne? Durch diese Schma... Ja, da ist was explodiert. Äh, pass auf. Wir machen das mal hier, dass wir den Pfeil mitnehmen. Das klingt nach Zombie. Zombie ist mir jetzt aber einfach mal relativ gesehen egal. Das sieht schon besser aus. So, pass auf. Dann mal eben kurz... Alter, was hier an Eisen ist? Ja, du musst auch treffen, ne? Treffen. Treffen, meine Jungen? Treffen? So, pass auf. Dann nehmen wir das auch noch mit hier. Wir haben einen Eimer voll Wasser. Und wir sind voll. Okay, Sand brauchen wir nicht unbedingt. Und was wir jetzt suchen, ist Lava. Haben wir eigentlich einen... Ne, natürlich nicht. Okay, aber da können wir uns später drum kümmern. So, wir brauchen Lava oder... Oder, 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 oder... Oder erstmal eine Orientierung, wo wir herkamen. Ne, warte mal. Ich glaube, wir kamen von hier unten. Genau. Das heißt, wir... Machen das erstmal wieder zu. So, dann haben wir einen Moment... Ne, keine Ruhe hier. Jetzt haben wir Ruhe. Ich hoffe, da ploppt jetzt gleich irgendwo, dass wir hier eine Lava... Ach, guck mal. Schau an. Pass auf. Ich bin da überhaupt nicht paranoid. So, wir machen da der... Habe ich da gerade einen Diamanten gesehen? Oder war das Wasser? Ne, das war das Wasser. So, dann haben wir nämlich Zeit hier zum Abbauen. Und dann...